In Österreich hat es offenbar einen medizinischen Erfolg im Kampf gegen das Coronavirus gegeben. Wie verschiedene Medien berichten, wurde in Graz ein an Covid-19 erkrankter Mann aus der Steiermark erfolgreich mit Blutplasma behandelt, das von einem geheilten Corona-Patienten stammt. Es ist den Berichten zufolge das erste Mal, dass in Österreich jemand auf diese Weise von Covid-19 geheilt wird. Der Steierer wurde inzwischen von der Intensivstation in ein normales Krankenzimmer verlegt, heißt es. Die letzten Tests auf das Virus waren demnach alle negativ. Den Berichten zufolge kann der Mann wegen eines Immundefekts keine eigenen Antikörper bilden. Er habe einen Monat lang hohes Fieber gehabt, dazu Entzündungen in der Lunge sowie Atemnot. Am Ende kam er ins Uniklinikum Graz, wo die Plasma-Behandlung durchgeführt wurde. Wie das Krankenhaus mitteilte, ist bereits ein zweiter Patient nach der Vergabe von Plasma auf dem Weg der Besserung. Ein dritter werde gerade vorbereitet. Auch in Tirol und Salzburg gibt es Behandlungen mit dem Plasma von genesenen Corona-Patienten. Bisher gibt es hier aber noch keine bekannten Erfolgsfälle. Therapiemöglichkeiten mit rekonvaleszenten Plasma werden auch in anderen Ländern getestet.